Hier können wir nun einmal unter Promos gucken. Da gibt es zwei unterschiedliche Bonis. Einmal den Starterbonus und den Profibonus. Wir beschäftigen uns in diesem Video mit dem Profibonus und da muss man sich zunächst einmal registrieren, indem wir jetzt einfach auf Profibonus sichern klicken und rechts oben öffnet sich jetzt das Registrationsfeld. Nachdem wir uns hier dann erfolgreich registriert haben, müssen wir einmal unser Konto verifizieren und das in drei Schritten, bevor wir den Bonus beanspruchen können. Wie wir hier sehen, sehen wir noch einmal den Starterbonus und den Profibonus mit seinen Umsatzbedingungen. Dazu sage ich euch später aber noch mehr. Klicken wir nun auf den Profibonus, sehen wir müssen einmal unsere Mobilnummer, unseren Namen und unsere Adresse verifizieren. Haben wir dies nun gemacht, können wir nun auch den Bonus beanspruchen und das geht, indem wir auf meine Bonis klicken. Jetzt auf den Bonus und dann müssen wir nur noch einzahlen. Ja, wie wir hier sehen, haben wir mehrere Einzahlmöglichkeiten. Ich zahle per Profibonus ein und per Paysafecard. Wir könnten hier aber auch nochmal den Bonus ändern. Ich zahle einen Betrag von 10 Euro ein, müsste also gleich einen Betrag von 20 Euro auf dem Konto haben. Und ja, wie wir sehen, das Ganze hat geklappt. Wir haben hier oben nun einen Betrag von 20 Euro. Ja, und wie wir hier sehen, kann ich das Geld auch nicht auszahlen, denn ich muss natürlich zunächst den Bonus umsetzen.